Hallo und grüß Gott, mein Name ist Jürgen Herb. Als Exklusivvertreter der Gotha Versicherungsbank bin ich seit 1995 selbstständiger Dienstleister im Allgäu. Am 25. Juni beginnt die Wahl zur Regionalversammlung Kempten-Oberallgäu. Hier bestimmen Sie als wahlberechtigte Mitgliedsunternehmen der IHK, wer in den nächsten fünf Jahren Ihre Interessen gegenüber der Politik vertritt. Für diese Aufgabe kandidiere ich. Ich bin 55 Jahre jung, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Als Fachmann für den Mittelstand bin ich zudem langjähriges Mitglied im Prüfungsausschuss für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Wir als Unternehmensverantwortliche haben die Aufgabe, unser Allgäu krisenfester und damit retterwerbsfähiger zu machen. Meine Vision, nachhaltig, zukunftsorientiert und innovativ zu wirtschaften, erreichen wir dabei nur mit einem starken Netzwerk. Mit vielen Gewerbetreibenden im Allgäu verbindet mich deshalb eine langjährig vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich stehe für Klarheit, Innovation und Verlässlichkeit. Schauen Sie gerne bei mir vorbei. Mein Büro befindet sich am Berliner Platz in der Kaufbeurerstraße 89 in Kempten. Sie finden mich als Kandidat auf der Liste in der Wahlgruppe 2 Distribution. Handel, Handelsvermittlung sowie verbrauchernahe Dienstleistungen. Wählen Sie, denn selbstständiges Handeln im Allgäu liegt mir am Herzen. Ihr Jürgen Herreb Handel, Handelsvermittlung sowie verbrauchernahe Dienstleistungen. Vielen Dank.